Seitens der Witwe des Verstorbenen geäußert wurde, dass ihr Gatte sich bedroht fühlt, beobachtet fühlt und dass ein Zusammenhang besteht mit seiner früheren politischen Tätigkeit, auf die ich aber nicht mehr eingehen will. Die österreichische Schülerunion wehrt sich gegen das Vorhaben der Unterrichtsministerin, allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Matura vorzusetzen. Meine Zentralmatura eine reine Husch-Pfusch-Aktion ist und wir wollen nicht als Versuchskaninchen verwendet werden, bei einer der wichtigsten Prüfungen in unserem Leben, der Matura. Kannst du mir sagen, heute sind auch sehr hübsche Mädels da bei den Autos, in was verliebt man sich schnell, in ein schönes Auto oder in ein Mädel? In ein Auto, also hier auf der Messe, in ein Auto, ja. Was hat das Auto, was das Mädel nicht hat? Schwierig. Ja. 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 Vielen Dank.